Die Klangtherapie ist eine beliebte, ganzheitliche Behandlungsmethode in der alternativen Medizin. Die selbstentwickelte Therapieform mit den Kristallklangpyramiden wird exklusiv von der FOSDAG Heilklänge GmbH angewendet. Die durch die Töne entstehenden Schwingungen sorgen für Entspannung und Lockerung energetischer Blockaden. Auch Ängste und negative Gefühle können so kuriert oder Schmerzen erträglicher gemacht werden. Denn heilsame Klänge wirken sowohl auf den physischen Körper als auch auf unseren Geist und unsere Seele. So wird die Klangtherapie schon heute oft nach Operationen oder zur psychischen Behandlung schwer und unheilbar Kranker eingesetzt. Aber auch um erfolgreich Tinnitusbeschwerden zu lindern oder die Regenerationsphasen bei Sportlern zu begünstigen. Angenehme Klänge tun uns allen gut und steigern unser Wohlbefinden. Sie fördern die tiefe Entspannung, bringen uns ins Gleichgewicht und tragen dazu bei, uns und unsere Energien auf allen Ebenen in Einklang zu bringen. Bei uns stehen Ihnen Klangtherapeuten zur Verfügung, die im deutschsprachigen Raum eine der umfassendsten Kompaktausbildungen absolviert haben, in denen auch die ganzheitliche Betrachtung des Menschen mit einbezogen wird. Nicht immer sind die Symptome auch die Ursachen für ein Leiden. Sehr oft stellt sich der Behandlungserfolg erst dann ein, wenn die Ursache gesucht und geklärt wird. Wir von der FOSTAG Heilklänge sind gerne für Sie da.